so fertig nicht mal folge halt mein gott was für ein anfänger ich habe genug tränke dafür danke da bist du selber dreigelaufen endlich nicht mit einem an der mehr tränke aus dem weg bei gegner brennen hoffen des großen übels er hat sich schon mehr nach final dann jose ich wollte mein henkel explodieren leute da kommen wir rein ihr habt ihr ziel erreicht also rein können wir anscheinend und dann geht die party so richtig ab ja wie alles andere in diesem gesocks land ich habe nicht dass ich habe gedacht er so ein ort in so einem brennenden vulkan wir müssen angenehmer nächstes mal mache ich woanders urlaub und haben wir alles segel das schwachen irgendwas finden und hier in den hier reinpacken wenn ich mal ja ich habe gerade das segel der schweigen geöffnet man könnte diese ganzen bürger gefährdet sie geht warum nicht sie oder schwachköpfe ja klar schon wieder nein danke okay die halten ganz viel aus ja ich nehme auch einen mensch schaden er hat ein bisschen herausfordernd sein so ein bisschen da irgendjemand ist ja ein paar zaubern wäre ja komm her du stück nicht und schon sagen aber ich habe die ganze familie ich habe ja stärker als kaputt gehen wir hoffentlich ein bisschen näher drauf ich habe keine tränke mehr ich habe ja schon wieder passiert okay da erste welle abgeschlossen weiter geht es ja da gekauft das war ein klatsch irgendwie immer noch so viel ausgehalten was der eine fanatiker ich habe den mit den pinken auge erledigt also ich habe den gar nicht gesehen er war ja auch ganz hinten steckt die so verzauberer typ ich muss ja leute was immer hinter den anderen bleiben da muss mich beschützen ja so verzauberung da hast du nicht da hat es klappt Zauber auspackst durch ihn gern beschützen dann sollten kannst du ja mit an die Frontlinie kommen mit mir wenn er einmal an der Frontlinie dann ich bin freundlich aber wird er ja der Leuchte blöd weg mit jedem hei hei schief er nicht so große wellen tränke so hat man mehr zu weh getötet ich muss warten ja ich nur schief angekommen auf einmal war ich weg ich will jetzt die später wieder ich komme gleich wieder ich mache das dann sind dann kommt sie wieder ja genau ja ich mach mal kurz pause ich weiß auch meistens nie was mich umgebracht hat und ich dachte explodieren jetzt auch nicht zugerannt die müssen sofort weg die leuchte früchte wird er zu einem unmöglichen kampf hat dann schneidet denn da da hinten die denn da anweschen hier ok ok da ist schon wieder irgend so leuchtet die halten schon wieder so viel aus ich suche ich suche ich bin kein weil ich immer mit einem anker da wollte ich ranziehen ich habe mich doch gerade geheilt ich habe mich gekillt hatte ich belebe mich wieder so viel dicken schaden hin und wieder aber nur hin und wieder noch mal ganz ja genau dieser angriff hat nicht geklärt hat schon wieder dann war ich angriff da ich hasse diese scheiße dann macht so viel schaden liegt genau der genau da sie noch nicht ich hoffe ich habe meinen fähig ich habe mich selbst ein ist nicht witzig wenn er dagegen ein als er war und hält er so viel aus wie da kleine peter lebt dann kann man nicht machen aber weg von mir dieser wischwürdige wächster aber wir werden direkt hier wieder lebt der kerl und zwar gewaltig ich war wieder geschlossen sind kann da kommt der kollegen warum ist auch noch so ein tüter so weiß am leuchten müssen wir den erstmal erledigen ich überlebe dir nicht einmal warum nicht so gut ich habe das schaffen wir nicht doch ja da sind schon wieder immer schwächer er ist recht man schatten der muss mich nur einmal treffen und ich bin tot da ganz toll vielleicht muss man vielleicht haben wir ja so um die herum gehen oder kommt schon er sich mal da vielleicht nur gegen ihn haben wir ja schön auf abstand darf nur ein paar mal anfang dieses gift es ist immer dieses gift ja ich bin so schnell für dich mit so schnell für dich ist noch der andere ich habe vielleicht doch vielleicht noch die stärke aber ich weiß nicht und ich habe keine ahnung ich glaube ich war ich habe erwischt er dass ich fickt hat in dem geld würde gar nicht mit ja ganz toll er hat sich das gelohnt hat nachdem wir gestorben sind von mir angesprochen ich bin noch nicht bereit weil wir sind vorsichtig das spiel entwo vielleicht aus dem gift ausgehen der mir so viel schaden macht auch wir schaden von dem blöden gibt aber ich mache auch hier schaden ja trank okay und ob ich reflex kritisch schon angreifen prüfung der schwachen ok weiter wir können doch auch nicht natürlich auch der klima zu sagen das wollte ich jetzt nicht hier kommen die menge gegner ja das ist ein ganz dicker der kann aufziehen wir sind zwei dicke würde ich sagen ja so einen blöden anker wundervoll aber ich kann mit dem man kann mit dem stein ja interagieren ich habe den stein den stein der schwachen ja den brauchen wir jetzt wissen nämlich schwäche werden du das ding trägst haben wir jetzt alle tränke wieder gekriegt hat hat sich so angehört ja ich glaube schon jetzt müssen wir hier was machen nämlich an natürlich ist jetzt auf den selben scheiß nur noch schlimmer jetzt kommt er jetzt kommt die prüfung der starken wahrscheinlich aus der weh jetzt wird er ja also dann habe ich gesagt ich habe wieder meine blutwelle drin ja habe ich mal gemerkt ich war ganz verlangsam gehen da war so ein exudierender nebenher ich muss was haben wir noch steht zeigt schnitt der neuen gesichtsausdruck für eins und tüte auf hätte vielleicht nicht für die ganze zeit die zentakel an der falschen tülle einsetzen nein ich bin eingefroren ich würde gerne nicht eingefroren sein danke einer weg ich bin mir so ein effekt und rot ist hier bei mir kann man nochmal effekt der flug das flug das zerfallenden tempels alle fünf sekunden hört der flug der schwachen euren erwittenen schaden um ein prozent bis zum maximal 50 mal stapel war war wenn der gegner tötet verringert sich der stapel um 1 ok also müssen schnell gehen natürlich dazu sehr stapelt ich bin noch nicht bereit das ding gibt uns irgendwie so ein debuff hier sind die war das ist einfach nur kein ich muss machen müssen aber nur gegner tüten dann geht dazu wieder so ein raffel schwinger irgendwo da steht mir doch nicht so ok hier ist wieder irgendwas ich habe keine tränke ich habe einen aus dem charakter schwinger als frau ich muss warten ob sie nicht wieder belegen die gewinnstätten sein schön tot das vom toten beschwören wo du brauchst du nicht wieder belegen eigentlich geht von dem rassel schwinger ja ich meine hat so ein kommentar vom toten beschwören kommt er ja das ist ein harte spielten ist dann ja ne kann sich ja so versammeln dann meine blut weil er einfach ja was er mich er lässt das blutkugeln dann heißen ich hätte auch gerne halb ich bin da ist ein einzigster weil ich ein heil habe ich habe gar nicht dann einfach immer noch mehr als was ich habe aber du kannst wenigstens welche ausdrücken bei mir existieren überhaupt keine heilung aber wenn mir ziemlich sicher gibt es schon dort ich kenne eine klasse besser als alles klar du könntest ja nicht mal deine eigene klasse in den himmel aufzusteigen mein kind er steigt in den himmel auf so ein video also hat dann gleich gesagt time to go to heaven mein scheiß wenn wir so irgendwie jesus irgendwie so ein kind hier zu entführen ja ok dann natürlich nicht mehr an vielleicht mal ist alles ist ok ich kann aber lange auch so völlig naja jetzt kommen wir ein da ist der frohe also ein paar tränke diese war immer design also nicht wo die monster aufschauen denken die sich so auch hier hier wäre so gut wenn wir noch da rein passen ich finde auch nicht ich werde ich auch hier hinter dir der macht aber nicht das hat weh getan ich muss schon wieder eingefroren weil auch ein paddelweg ich habe schon kinder ja irgendwann müssen ja machen du hast irgendwann eingesammelt ich hatte auf meinem rücken da mal darunter jetzt glaube ich schneller als jemals zuvor wohl hat viel schwerer tränke zurück ja tatsächlich als der kathedrale des fleischs auch hierunter das ist ein anderes dann gehen jetzt mal sehen ja da hat er alles fleisch damit einig muss von den kannibalen ok jetzt müssen wir wieder töten das ist das für ein buch sind wir mit zwei bohnen ist der brechen des der fallenden tempels alle fünf sekunden der fluch der trick hat der dauer aller kontrollverluste unter denen er leidet um ein prozent cool immer mehr die wacht kriegen wir ja das haben wir wegrennen dauert jetzt paar prozenten länger glaube ich wenn wir paralysiert sind oder irgendwie so hat keiner ahnung wer wagt ist er magst du ja was gegen den kopf zu werfen ich nehme an der weg immer gegen natürlich halte ich habe ich rein der will auch nicht explodiert wir haben ja schon wieder durch ich muss machen dass du dir eine über die bierne ja irgendwie irgendwie so gemalt hat die zeit ist gekommen ja auf dem inneren das war voll verstören also war das war schon wieder so weil das war lustig zwar motivierend er hat sich motiviert abzunehmen wird er lehrt sich nur noch von gesunden sachen ich habe ganz viel abgenommen weil ich nicht so viel übergeben habe ich muss und weil ich nicht viel gegessen habe er weiß die ganze kotzen musste ja ganz leid hat auch so seine vorteile hatte ich auch bei meiner war noch mal er hat wiederbelebt naja wir können es waren wo er sagt aber er ist tot und kann sagen was war das für die sterbe animation der hat sich hier in die luft erhoben das ist auch interessant nach welchem kriterium werden die wieder belegt der wird der letzte gestorben ist oder so ja das war ja ich bin noch nicht bereit wer noch gehalten wieder blickt was meine ich da schmeiße drei ja haha ich bin da noch angefallen dass sie gestorben ist das war sparta ich bin noch nicht vielleicht ob er alles recht ich glaube nicht ja 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 ich habe da war schon wieder ich hab da war schon wieder so eine barbaren welle wischangriff da wieder aus ja ich hasse diesen angriff dann will ich dass wir hier wieder einsetzen alles klar warte noch richtig wieder blick ohne zu triggern hat weiß ich nicht da ja ich glaube du kannst ihn ein schickern wenn ich versuchte ja hier bewegt sich da so unruhig vielleicht nur ein von den schickern oder so abstand hier eine reichweite von dem angriff ich habe die seh ich habe die große gar nicht gesehen ja schon wieder so eine ich bin noch nicht der angriff der ist so schnell den kannst du gar nicht ausweichen ja ich habe auch noch gesehen ja ich habe nur legendäres fallen gelassen dann muss man nicht bei mir das wahrscheinlich keine truhe geöffneten das war der geld für mich rausgefasst also ja noch zwei schädel passt bloß auf daniel weiß nicht was das für gegner sind der nahe kommt wieder sind ja da sind wir also welche ort das war meine proost aktivieren vielleicht ein bisschen die kleinen erstmalig ja natürlich kommt jetzt auch noch hier ich weiß ich weiß nicht wie ich mich nähern soll ich auch nicht ich versuche die ganz von der distanz anzugreifen aber hier sind überall blitze ich habe einmal warum kommen sie denn immer zu mir ich habe ja ging ein aber er hat auch noch feuer starten hat ja auch noch darauf ganz toll würde mich verarschen ich bin hier weg ich bin hier tag geschaukelt aus ich sehe nicht wann die den angriff machen ich kann nicht ausweichen so schnell er kotzt ab dieser angriff habe schon versucht soweit wie möglich wie die von denen weg zu bleiben in dieser scheiße ich meine ich habe irgendwie gesehen wie die in angriffen wie so ankündigen ausweichen kann kann man bitte noch ein kleines bei dem auge behalten die kriegste nicht einzeln geträgt glaube ich nicht weil wir runter kollege vielleicht doch der eine ist hier getriggert der andere noch nicht mehr so mann herkommen kann ich mir an den reingehen und auch noch feuer deshalb schlimmer an dem ja er macht die blitze macht er auch noch die blitze ja der schockland mann also ist der das wahrscheinlich kann aber ein bisschen er kommt toll der andere kommt auch noch ja schon fast tot was ja ich bin auch die ganze zeit auf dem erschießen dann gehen wir lieber nicht zu viel vor ich bewege mich doch schnell kollega ich bin schon wieder tot nur halt er tut mich was schotten mit der scheiße ich hatte ich total zum kotzen der angriff ja genau das meine ich ja ich bin dran okay aber ist noch einer übrig das ist ja schon ja wir sind aber werden immer schwächer nein wir werden immer erfahren ich muss warten ja eine fresse ich bin allein ich habe einfach kaputt auch gleich nein nein jetzt bin ich gestorben ehrlich nachdem der erledigt wurde ja so ausrüstung verliert zehn prozent haltbarkeit wenn ihr an einen speicherpunkt wieder wir sind aber nicht an einen speicherpunkt also mm-hmm don't ja wo ich muss das okay die gegner sind irgendwie neffigsten überhaupt die weitbarkeit 70 von 100 als 30 prozent mehr schaden nämlich weiter geht's ich bin noch nicht bereit ich muss man mit der leute wieder ich habe mich auch wenn wir rausgehen ob wir unsere sachen wieder repariert bekommen unser fortschritt gespeichert wird weil da bin ich gut von zweck da muss man die tür glaube ich ich bin noch nicht bereit wir haben uns noch umgeschaut gelegen ganz durch wir treiben doch hier nur etwas konversationen das ist ja so ein rasseltyp so war unser nächster barbanen kollege ganz fertig macht aber paragon punkt ganz ehrlich ich tue die one shot mit dem andere habe ich auch eine sekunde stärker fertig habe ich dann eingesammelt also für die gegner die truhe öffnet wenn sie die aufgetaucht der alte trägt sich in der truhe zu verstecken ja klasse ich bin noch nicht jetzt seid ihr macht los ich bin leichter naja wir gehen gleich die tränke aus was ich darauf gefasst ich vielleicht wieder zum leben ich muss warten auer gift so trifft man nicht noch ein dass ich was glaube ich oder ich bin noch nicht ich bin noch nicht ich bin noch mal lieber ein auge nachher kommt der und vielleicht werden von hinten ja schon wieder so ein angriffen wir sind bei der beckin ich bin weggegangen wieso trifft er mich jedes mal damit ja die versorgt da kommt noch ein zweiter natürlich diese situation entschärfen soll wer belebt mach du lieber weil du bist aber gerade bei den gegnern oder bin ich so sehen dass da einer kommt ich bin sofort weggegangen der hat mich trotzdem noch mit dem angriff gekriegt was hat er zu einer reichweite der absurde unter dem barbarn schatten da irgendwie noch so ein schilder da oben links ist er da kommt doch nicht ich kann nichts dagegen machen ich kann da nicht ausweichen ich kann so schnell reagieren dass dann wieder bei euch nicht schon der andere war ganz oben ist ja das vorhin hat er sich bewegt als die gegnerin gekämpft hat ich bin noch nicht bereit jedes mal wenn er eine verdächtige animation macht man ja war euch mit den angriff haben wir nichts beim netz war jetzt einmal ein dann wartet er mal ein bisschen so der andere ist da oben er hat ein spaziergang gemacht manchmal fühlt sich halt dazu zu stehen bleiben manchmal bezahlt ein bisschen bewegen vielleicht wird der letzte boss hier sein wird da haben wir alles erledigt der kommt da kommt kommt ein auf und so ich bin noch nicht sogar namen alle namen die ich muss weil ich war daneben so macht man das tor oder nehmt ich glaube ich meine auch nicht drauf ja daneben wenn man jetzt jetzt raus da war war ich war ich weiß ich weiß jetzt nicht so dran hier mit einem auffällig jetzt müssen wir da reinpacken ich bin noch nicht bereit jetzt deponieren wir ganze animus dann sind wir bestimmt schon am ende dieser danschen da ist ein jünger von den lehrers das war eigentlich keine wellen angefangen wir noch nicht wie gesagt dann aufmachen wir sehen leahs relikt das hasse ist also eine blöde frage aber die haltbarkeit wird dadurch nicht repariert statt trinken sie soll das müsste man verliert wieder aufs maul geben von dem was weiß ich ob wir sind die opfer hat gefällt mir sowas schon überhaupt nicht besser ist er in ihr geliebt es hat war ja klar ja das gefühl du willst einfach nicht verstehen als haben wir haben wir noch den finger abhacken der radios die radios über die radios die tante schon aus ich muss mal jetzt nicht für normale weg weiter online war für mich wieder belegen kann in dem chaos aber ich kann mich ja gar nicht wieder blieben aber ja ich bin noch nicht ja halter warum warum so viel schaden aber auch gerade wie 34 verschiedene wellen ich habe ja ich glaube nicht dass wir das schaffen nehmens auch ja ich habe wieder voll trägt mehr ich bin ich bin auch ich glaube nicht dass etwas wird wir gehen jetzt da rein und machen dem fertig ich bin noch nicht bereit wir sind nur die richtige stadt hier auf dem auch kein spaß wird glaube ich nix kommen sie den mann holen sollten jetzt wieder da was ich bin noch nicht vielleicht mal ein paar seine angebung ausweichen könnte er wäre natürlich gut ja genau die ich muss was die kleinen typen ja kaputt ja 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 ich muss mal direkt zwei tränke einsetzen die explosion machen schaden und tun gegner sporen das aber nicht gut ja ich bin tot ja ich bin tot wer lang jetzt kommen die dicken ja auf die mal platte ich bin schon wieder tot schüsse machen so ein dicken schade ganz oben er war bis zur hälfte schaffen ungefähr man nicht mal die hälfte wenn du mich fragt er weiß noch zu viel rüstung verloren weil wir uns ständig wiederbeleben mussten dann gehen wir mal kurz raus bleibt hier alles gespeichert ich weiß nicht er war nicht da müssen wir mit 70 zurückkommen erwartet man kann einer irgendwie rausgehen jetzt reparieren gehen oder erwarte ich sehe schon wenn ich dir mal kurz raus ich kann mich ja zu denen teleportieren dann weiß ich nicht ob das im dungeon funktioniert immer ein reparieren meine sachen dann komme ich wieder dann gehst du repariert deine sachen kommt wieder ich habe das schon verstanden so schlau bin ich auch schon der perfekte plan naja tut sich ja immer so ein ding öffnen dann ja für die ganzen dungeons was war das ist also wenn ihr habt dafür die dungeons funktioniert da so alles reparieren alle gegenstehen noch 124.000 hier klar noch nicht bereit dann gehe ich mal wieder ins teleport dingen rein jetzt bin ich wenn wir ihn jetzt immer geschaffen dann kann so ein scheiß das kann auch nicht sein der tat funktioniert da geht bestimmt neue multiplayer 18.000 ja da sage ich der schmied sagt sollen dass man die barbaren hinbekommen jetzt waren so alle gegner umso wort das war soweit noch mal ich werde man nicht schaffen dann na 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 also ich brauche jetzt habe ich habe 60 prozent mehr schaden genommen wir kommen aber ja ja wir sind repariert jetzt bist du dran er hat wurde nicht gespalten da habe ich mir immer noch so viel schaden ich habe da ist ein speicherpunkt weil irgendwie immer wenn ich hier beträgt also ich nehme immer noch dicke schaden ja ich bin tot ich wollte eigentlich angreifen und statt nicht für ok da kommen dann noch mal zurück weil jetzt habe ich nur meinen golem aber sobald ich den kampf betrete sind alle meine so gut ne das heißt das ist wahrscheinlich nicht gespeichert hat ich wollte mich na gut dann gehen wir irgendwo anders hin ja das geht nicht anders dann sind wir eben noch zu schwach okay nachricht angekommen ich gehe nach kloberstadt und ich esse jetzt einen schokobrezel niemand wird mich aufhalten nein nein der hat halt den zirkel da mit dem fuß vergessen was Das war's.